Die Scouting und Buschkraft Convention Hallo, hier ist der Ralf von Jördeland und heute möchte ich euch ein bisschen über die Scouting und Buschkraft Convention erzählen. Der Name Scouting und Buschkraft Convention, der ist noch ein bisschen sperrig. Momentan haben wir den Namen als Arbeitstitel, weil er einfach genau das beschreibt, was wir gerne tun wollen. Aber wenn ihr noch einen Titel für diese Scouting und Buschkraft Convention habt, dann freuen wir uns über jede Idee, die ihr bei uns anbringen wollt. Gar keine Frage, da sind wir offen. Ich denke nur, das wird sich jetzt einfach mit der Zeit auch entwickeln, bis dieses Kind tatsächlich einen Namen hat. Also warum eine Scouting und Buschkraft Convention? Scouting erstmal für Pfadfinder, Buschkraft für Buschkrafter, für Menschen, die draußen sind, die naturbegeistert sind, die sich mit einfachen Hilfsmitteln draußen bewegen wollen. Das sind so unsere zwei Hauptzielgruppen, die wir ansprechen wollen. Aber nicht nur reduziert auf den Pfadfinder, die Pfadfinderin, den Buschkrafter, die Buschkrafterin, sondern eigentlich für alle, die sich einfache Skills draußen zum Reisen, zum Arbeiten mit Kindern oder einfach für sich selbst draußen auf der Terrasse letztendlich aneignen möchten. Die sind bei uns willkommen. Und warum Convention? Weil, ja, weil, warum eigentlich? Fangen wir anders an. Die letzten drei Jahre waren wir mit einem schönen, gewachsenen Team als Jördeland auf der Messe Adventure Southside. Diese Messe hat uns immer sehr viel Spaß gemacht, weil wir einfach in einem kleinen Bereich unsere Inhalte auch schön präsentieren konnten. Was Jördeland ausmacht, was uns als Pfadfinder ausmacht, was uns als Menschen ausmacht, die einfach begeistert draußen agieren. Und hatte da ein Camp geschaffen, was sich so ein bisschen von der allgemeinen Messe abgehoben hat, was aber genau die Leute wieder angezogen hat, die einfach so diese Draußenskills, sich draußen bewege, Feuer mache, Schelter baue, Zelte nutze, Tarps, mit Tarps experimentiere. Aber die haben wir letztendlich angezogen und für genau die wollten wir auch wieder eine Messe machen. Ist falsch, weil wir wollten keine Messe machen. Aber wir würden gerne diese Atmosphäre, dieses Camps von der Adventure Southside mit seinen vielen Workshops und den einen oder anderen Vortrag, würden wir gerne in eine eigene Veranstaltung packen. Da haben wir dann so ein bisschen rumüberlegt, was das richtige Format für uns sein kann. Wie gesagt, wir haben uns gegen eine Messe entschieden. Wir haben uns aber auch gegen ein einfaches Treffen oder Zeltlager oder wie man es nennt, Buschkraftcamp oder so dagegen entschieden. Sondern wir wollen so eine Mischform fahren. Also wir hätten gerne, und das trifft der Begriff Convention eigentlich relativ gut, wir hätten gerne eine Veranstaltung, wo jeder von jedem lernen kann. Das heißt, wir als Jürteland oder auch das Team, was jetzt eben über die Adventure Southside bei uns gewachsen ist, wir würden uns mit unserer Inhalte einbringen, wir würden Workshops anbieten, wir würden Vorträge anbieten. Und wir lade euch ein, genau das gleiche zu tun. Das heißt, ihr könnt einfach als Teilnehmer kommen und von diesen Inhalten profitieren. Aber was es noch viel lieber wäre, wäre, wenn ihr als Teilnehmer kommt und auch Workshops anbietet oder Vorträge anbietet. Das ist uns sehr willkommen, da einfach um dieses Thema Scouting und Buschkraft, alles, was es so an verschiedenen Themen gibt, einfach mal abzudecken. Und eine Veranstaltung zu bieten, wo einfach jeder, sei es Einsteiger, sei es Fortgeschrittener, sei es, dass jemand einfach in einem Thema besondere Skills hat, immer noch was lernen kann und eben auch anbieten kann. Genauso wollen wir aber auch neben diesem eigentlichen Kern der Workshops, wollen wir auch die Möglichkeit bieten, dass Aussteller kommen. Also auch ein Aussteller kann Teilnehmer sein an der Veranstaltung. Er darf auch seine Inhalte, also wenn, ich sage jetzt mal, wenn das eher ein Dienstleister ist, der einfach in diesem Bereich, Naturpädagogik, Erlebnispädagogik, Buschkraftsurvival oder auch Kurse bei Pfadfinder zum Beispiel aktiv ist, der kann kommen und sich als Person oder seine Inhalte auch zu präsentieren. Aber er dürfte auch Ware präsentieren. Das heißt, er dürfte auch kommen als Aussteller und sagen, ich habe hier einfach gewisse Dinge, die sind interessant für diesen Publikumskreis, dann dürft ihr auch kommen und da einen Stand machen. Aber auch da würde ich sagen, fühlt euch trotzdem als Teilnehmer dieser ganzen Veranstaltung. Also bringt euch ein in dieses Gesamtpaket durch eure Fähigkeiten, durch euer Material, was ihr mitbringt, was ihr gerne andere zeigen würdet. Und dann glaube ich, dann kann diese Convention eben als Camp, als Zeltlager, als Bildungsveranstaltung mit Workshops und Vorträgen, aber eben auch mit Aussteller, was dann wieder Richtung Messe gehen kann, eine runde Sache wäre. Die Scouting-Buschkraft-Convention wird zum ersten Mal 2019 stattfinden und zwar Ende Juni vom Freitag der 28. bis Sonntag der 30. Juni haben wir uns vorgestellt. Das Veranstaltungsgelände wird eine Pferdekoppel am Rande der Lochmühle in Eigeltinge sein. Die Lochmühle ist eine Event-Gastronomie mit einem relativ großen Freizeitparkgelände. Da kann man viele Dinge tun. Gerade auch für Kinder ist es ein sehr spannendes Areal, weil einfach viele Tiere unterwegs sind. Aber auch für Erwachsene, die gerne spielen, ist eine tolle Sache. Man kann Quad fahren, man kann im Steinbruch sich abseilen und Seilbahn fahren und solche Geschichten. Und an dem Rande von diesem Gelände eben, da gibt es zwei schöne Pferdekoppeln, die so im Tal hinten reinzugehen. Und die stehen uns zur Verfügung. Dort wollen wir das Camp für Jördeland aufbauen, so wie ihr es vielleicht von der letzten drei Jahre her auch kennt, auf der Adventure Southside. Und um dieses Camp von Jördeland, da könnt auch ihr euch ansiedeln. Und auf diesem Gelände könnt ihr euch eben mit Zelt oder Tarp oder wie auch immer, wie ihr kommt, als Teilnehmer, als Workshop-Anbieter, als Aussteller, könnt ihr uns da anschließen. Und auch wenn ihr mit einem Fahrzeug kommt, werden wir das so einrichtet, dass auch Reisemobile in direktem Umfeld von dem Camp sich auch anschließen können. Das heißt, auch wenn ihr größere Sachen vorhabt, wo ihr einfach Fahrzeugmaterial dazu braucht, jetzt als Workshop-Anbieter oder als Aussteller, dann darf das auch direkt auf dem Camp-Gelände letztendlich stehen. Und so versuchen wir eine bunte Mischung letztendlich dann auch zu bilden für den einzelnen Buschgarfter, der sich vielleicht irgendwo so gern sein Lager baut und einfach auch so ein bisschen zeigt, wie er das macht, wie er das tut. Über eine Pfadfinder-Gruppe, die sich jetzt einfach auch ihr eigenes kleines Camp vielleicht auch aufbauen möchte, um auch ihre Kultur so ein bisschen zu zeigen oder auch dort Workshops anzubieten, bis hin halt zum Reisende, der mit seinem Mobil unterwegs ist und auch da sich so ein bisschen zeigen möchte und die Möglichkeit dann bietet, dass einfach alle so ein bisschen voneinander lernen können, aufeinander zugehen können. Ja, da werden sich sicherlich in der nächsten Zeit noch viele Fragen auftun. Wir sind an viele Punkte, sind wir am Vorbereiter, am Abklärer, wie das Ganze funktioniert. Das Bild dieser Veranstaltung haben wir schon im Kopf. Also ich glaube, es kann eine sehr runde Sache werden. Von der Größeordnung denke ich mir mal so, ich sage es mal, 300 feste Teilnehmer, die auch von Freitag bis Sonntag da sind. Aber wir denken auch an einen Besuchertag, wo man einfach kommen kann. Das heißt, es wird einen Zeitraum geben, da ist das Camp einfach offen für jeden, der es interessiert. Ihr könnt dann auch vorbeikommen, ihr könnt schnuppern. Der Veranstalter selber ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir haben den Verein Scouting und Buschkraft Convention e.V. gegründet, der selbst ohne wirtschaftliches Interesse diese Veranstaltung trägt. Deswegen wird die Veranstaltung auch relativ günstig sein. Wir werden für die drei Tage, von Freitag morgens um 10 bis Sonntag um 15 Uhr, da kann man auch schon Donnerstagabend anreisen, wer möchte, und sich schon sein Camp aufbauen, werden wir 49 Euro verlangen. Ich glaube, das ist ein fairer Preis für alles, was wir bieten. Wobei ihr bedenken müsst, es ist Selbstverpflegung. Das heißt, wenn ihr kommt, müsst ihr euch auch darum kümmern, dass ihr selber was zu essen bekommt. Es wird sicherlich verschiedene Workshops geben. Da geht es auch ums Essen, da kann man vielleicht auch mal Mittagessen abgreifen. Diese Workshops, da wird wohl noch ein Materialkostobulus dann auch fertig sein, wenn einfach die Materialien, die wir verwendet, ein gewisser Wert haben, dass wir das so auch durch die Workshops auch finanzieren können. Aber die Veranstaltung selber kostet euch 49 Euro für drei Tage und bis zu drei Nächte. Wenn ihr nur tagesweise kommen könnt, das heißt, wenn ihr nur samstags kommen wollt, dann könnt ihr das tun. Auch da wird es Tagestickets geben für 19 Euro. Auch für diese 19 Euro gilt Selbstverpflegung. Aber ihr könnt auch da noch eine Nacht übernachten und dann am nächsten Morgen dann auch abreisen. Wenn ihr... Ihr könnt auch zwei Tage bleiben, sprich Samstag, Sonntag. Das sind dann einfach zwei Tagestickets. Aber spätestens da lohnt sich dann auch bald schon zu sagen, ich komme einfach das ganze Wochenende für diesen 49 Euro. Der Besuchertag, und das ist vielleicht auch wieder für Workshop-Anbieter und Aussteller interessant, die einfach gesehen werden wollen. Der Besuchertag, der soll erstmal kostenlos sein, beziehungsweise wenn ich vorab mir ein Ticket kaufe, dann wird das eine Schutzgebühr von einem Euro kosten für diesen Besuchertag. Da könnt ihr euch quasi komplett frei auf dem ganzen Gelände bewegen. Unser Wunsch ist nur, sobald ihr an der Inhalte teilnehmen wollt, das heißt, sobald ihr zu einem Workshop gehen wollt und sobald ihr zu einem Vortrag gehen wollt, da braucht ihr ein Tagesticket für diese 19 Euro. Aber einfach nur komme und gucke und beim Aussteller irgendein Schnäppchen mache, irgendwas einkaufe. Das ist für euch quasi kostenlos. Also wie gesagt, wer vorbestellt, zahlt ein Euro für dieses Ticket. Wer direkt vor Ort kommt, der kann auch einfach so über dieses Gelände dann auch drüber laufen und sich das angucken. Und sobald er Lust kriegt und sagt, okay, das sind spannende Inhalte, die sind mehr wert, ein Tagesticket zu lösen, dann kann man das auch tun. So, ich hoffe, ich habe jetzt so einigermaßen ein rundes Bild für die Convention dann auch formuliert. Ihr könnt einfach Fragen stellen und was für euch noch wichtig wäre zu wissen und dann gibt es auch zu gegebener Zeit ein Update zu diesem Video hier. Aber jetzt, glaube ich, seid ihr erstmal auf dem Laufenden. Gebt euch einen Ruck, meldet euch an für die Convention, kommt als Teilnehmer, nehmt die Workshops mit, bringt selber Workshops mit oder kommt auch als Aussteller. Ich glaube, es gibt ein super spannendes Publikum und ich glaube, es gibt eine super tolle Veranstaltung. Bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Jotoland. 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 Vielen Dank.